Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder so eine kleine Runde durch den Wald. Ein bisschen schauen, was es hier so gibt. Schauen wir mal, wie wir da den Berg hochkommen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Langsam kommt der Herbst, die Blätter fallen alle runter So, jetzt geht es erstmal ordentlich steil nach oben Ich denke mal nicht, dass man das auf dem Video so krass sieht, wie das hier wirklich steil hochgeht Ich würde auch gut drehen Dann kommt hier die nächste steile Fahrt nach oben Es sieht so aus, dass ich gar keine Hände habe Das ist so schön Das ist so schön Das ist so schön So, wir sind oben auf dem Berg Das ist so schön So, wir sind oben auf dem Berg Und da sind oben auf der Erde Das ist so schön so Campuch und der Bis zum nächsten Mal. las van das peter so was für eine aussicht hier oben da 8 3 3 5 6 6 7 7 7 7 8 8 10 10 10 11 11 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt 14,5 km gefahren, voll auf Turbo, die ganzen Berge hoch Jetzt gerade zum Ende halt einmal runter Also wir haben noch 70%, das ist echt eine sehr gute Leistung für den Akku Ja, das war es auch dann schon, ich war jetzt heim Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert den Kanal Lasst ein Like da, um weitere Videos nicht zu verpassen Und dann sehen wir uns beim nächsten Video Ciao